Jetzt geht's los! Ja, willkommen zu Geheimakte Puritas Codas. Folge 4. Wir werden erstmal die Tube vom Olson Flemming, der am Pool sitzt, mit Seife auffüllen. Ist mir eingefallen. Jawohl. Klappt auch noch. Ich könnte diese Aktion jetzt böse kommentieren, aber ich finde, wirklich fiese Ideen müssen nicht noch kommentiert werden. Hier war die Klingel, die nicht mehr klingelt. Die jetzt hier ist. Jetzt bringen wir ihm erstmal die Seife. Die, die quer durch Schiff. Es sind aber auch nicht viele Passagiere hier anwesend. Sonnendeck. Sehr stilvolles Outfit. Rosa Bademantel, grauenvolle Sonnenbrille und ein Hut? Naja, nennen wir es mal Hut. Ja, das schaut unseren rosa Bademantel doch ein bisschen ähnlich. Und der Hut auch brauchen wir noch. Ne, Sonnenbrille. Da ist doch schon einer. Ich hätte hier was für Sie, für die perfekte Bräune. Damit tue ich vor allem mir eingefallen. Er dreht sich dann endlich auf den Bauch und ich muss mir weder sein Gesicht ansehen, noch seine dämlichen Sprüche anhören. Oh, das ist prima, Schätzchen. Danke. Ach ja, wenn Sie schon mal hier sind, dann können Sie mir auch gleich noch den Rücken eincremen? Gerne. Ich, äh, ich muss weg. Die Fluchtecreme. Puh, die Gefahr ist gebannt. Er hat sich selbst eingecremt. Das war mit Abstand die schlimmste Gefahr, der ich in den letzten Jahren ausgesetzt war. Ja, Tunguska war da nichts dagegen. Ähm, schnappen wir uns die Sonnenbrille. Mal schauen, ob wir das zur Verkleidung machen können. Au, der ist ja noch nass. Der Bademantel ist gerade klitschnass. Den würde ich sowieso nicht anziehen. Daran ändern auch die tollsten Accessoires nichts. Dann suchen wir uns mal eine Wäschelein. Ich glaube, da müssen wir jetzt mal hochgehen. Genau, uns oben weg. Das gehört wohl zur Klimaanlage. Die Luft, die da rauskommt, ist ganz schön heiß. Dann nehmen wir doch die Eisenluft. Aus dem Abluftgitter kommt so viel warme Luft, da dürfte der Bademantel bald trocken sein. So, trocken genug. So, und damit ist die Verkleidung fertig. So, jetzt ist meine Verkleidung Modell geschmacklose Tussi endlich komplett. Gut. Können wir schon anziehen? Ich sollte die Verkleidung lieber nur dann anlegen, wenn ich sie wirklich brauche. Wann brauchst du denn? Du bist doch nicht schlussbar. So, jetzt muss ich nur noch einen leicht dämlichen Eindruck machen. Dann könnte ich glatt als Zwillingsschwester durchgehen. Vielleicht sollte sie einen schwer dämlichen Eindruck machen. Wenn wir morgen, wir uns mal im Barkeeper. Hallo. Hallo Frau Jordan. Hey, nicht schlecht? Ich hätte gerne meine Keycard. Ich hätte gerne meinen Zimmerschlüssel. Ja, sofort. Sie waren Frau Jordan, nicht wahr? Bin ich auch immer noch. Äh, helfen Sie mir bitte noch mal kurz auf die Sprünge. Welche Kabine hatten Sie doch gleich? Verdammt, woher soll ich das wissen? Oh, an die Nummer kann ich mich gerade überhaupt nicht erinnern. Wissen Sie das denn nicht? Nein, tut mir leid. Ich kann mir nur Telefonnummern wirklich gut merken. Ansonsten ist mein Gedächtnis leider nicht das Beste. Schauen Sie doch bitte kurz unten nach. Strengen Sie sich mal an. Entschuldigung, aber das bringt leider nichts. Tun Sie mir bitte den Gefallen und schauen Sie nach. Ich schreibe mir das dann auch sofort auf. Wird auch nicht wieder vorkommen. Versprochen. Und verraten Sie bitte dem Käpt'n nichts davon. Der schmeißt mich sonst raus und ich brauche den Job dringend. Ja, geht in Ordnung. Ich verrate keinem was. Wie kriege ich denn jetzt die Kabinennummer von dieser Katharina Jordan raus? Der Portier müsste mir da doch eigentlich weiterhelfen können. Ich muss mir mal kurz die Nase pudern. Wir sehen uns später. Ab zum Portier. Ich werde mich mal wieder umziehen. Vielleicht können wir hier rufen. Damit können wohl Durchsagen für die Gäste gemacht werden. Keine Ahnung, wo sich der Portier rumtreibt, aber er muss hier irgendwo in der Nähe sein. Und ich möchte mich ungern von ihm erwischen lassen. Nimm noch ein paar Marzipankugeln. Ich lass lieber noch ein paar übrig. Vielleicht wollen die anderen Gäste auch welche haben. Ich dachte schon, bohlen, bolzen. Nehmen wir mal die Klingel dran. Bing. Bing. Sie haben geläutet? Wie auch immer Sie das geschafft haben, während ich gerade die Klingel repariere. Fragen wir mal nach der Kabinennummer. Können Sie mir bitte sagen, welche Kabine Katharina Jordan hat? Darf ich fragen, worum es geht? Ich, äh, ich wollte Sie nur mal besuchen. Dann sollten Sie zum Pool gehen. Dort werden Sie Frau Jordan vermutlich finden. Oh, ja. Prima. Und, und wenn ich ihr eine kleine Überraschung vor die Tür legen will? In dem Fall sollten Sie diese mir geben. Ich deponiere das Geschenk dann im Fach von Frau Jordan hinter dem Tresen und werde es ihr aushändigen, sobald sie hier vorbeikommt. Das ist auch viel sicherer. Ja, äh, das werde ich dann machen. Und was ist überhaupt mit meiner Handtasche? Ist meine Handtasche mittlerweile wieder aufgetaucht? Nein, leider nicht. Nein, aber ich habe den Kapitän von dieser bedauerlichen Angelegenheit in Kenntnis gesetzt. Er wird sich höchstpersönlich darum kümmern. Tut mir leid, dass Sie bisher so viele Unannehmlichkeiten hatten. Schon gut, Sie können ja nichts dafür. Das war vorerst alles, danke. Ja, was könnte man der Frau Jordan schenken? Ein paar Säpfer, ein paar nasses Socken. Sie sind immer noch nass. Die Verkleidung behalten wir lieber. Die Baseballkappe schenken wir lieber den Oscar. Vielleicht ein Poster. Ich habe eine Idee. Könnte funktionieren. Ich möchte Sie bitten, dieses Poster für Frau Jordan zu hinterlegen. Selbstverständlich kein Problem. Ich werde es in Ihr Fach legen und bei nächster Gelegenheit übergeben. Das ist nett, vielen Dank. Gern geschehen, dafür bin ich ja schließlich da. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, im Moment nicht. Dann bitte ich Sie, mich zu entschuldigen. Ich habe da noch etwas Wichtiges zu erledigen. Ja, wie zum Beispiel Klingeln reparieren, die irgendjemand kaputt gemacht hat. Ja, jetzt müssen wir eigentlich hinterm Tresen gucken können. Der ist eindeutig zu hoch, um drüber zu schauen oder zu springen. Schauen wir mal, ob wir das mit einer Spiegelung der CD machen können. Die Schlüsselfächer spiegeln sich in der CD. Wenn der Portier das Poster tatsächlich in das richtige Fach gesteckt hat, dann müsste diese Katharina Jordan in Kabine Nummer 2 untergebracht sein. Okay, alles klar. Dann holen wir doch die Keycard für die Nummer 2. Ach, müssen wir uns noch umziehen. Ratzfatz, die Mine ist ja schnell. So, jetzt muss ich nur noch einen leicht dämlichen Eindruck machen. Dann könnte ich glatt als Zwillingsschwester durchgehen. Hallo. Hallo Frau Jordan. Hey, nicht schlecht. Ich hätte gern meinen Zimmerschlüssel, die Nummer 2. Ja, gern. Oh, der liegt gleich hier vorn. Bitteschön. Dankeschön. Tja, auf. Ich werde mich mal wieder umziehen. Versucht mal die Nummer 2. Nina hat ja die 3. Der andere Mann hat die Nummer 5. Ist das die 2 vielleicht? 2, 3. Ja, logisch. Scheint keiner drin zu sein. Und ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Mit die Keycard? Die Schlüsselkarte passt nicht. Gehen wir alles durch. Die Schlüsselkarte passt nicht. Ich habe ja auch die falsche... Ich brauche die 2. Wieso sagt mir keiner was? Da ist sie doch. Unsere Handtasche. Was sieht man sonst noch? Schrank. Hätte ich die Besitzerin nicht schon gesehen, würde ich aufgrund der Klamotten sagen, eine typische Tussi. Da ich die Dame ja aber bereits kenne, weiß ich, eine typische Tussi. Ja, was bist du, Nina? Eine untypische... Nee, sie ist keine Tussi. Ich schaue nochmal kurz rein. Ja, das ist definitiv meine. Bin mal gespannt, was die ehrenwerte Frau Jordan zu ihrer Verteidigung zu sagen hat. Oh weh, versteck dich. Eine Nadel im Heuhaufen zu suchen ist deutlich einfacher. Aber was bleibt mir anderes übrig. Mal hören, was die anderen meinen. Ich bin's. Nein, deswegen rufe ich ja an. Ich habe jetzt das halbe Schiff durchsucht und immer noch nichts gefunden. Was ist der Barkeeper? Das weiß ich selbst. Aber es sind noch weitere Probleme aufgetreten. Der Kapitän ist nicht der Pferd. Ja, das hoffe ich auch. Allmählich wird die Zeit knapp. Und wir brauchen jetzt schon ein kleines Wunder, damit das Ganze nicht in einer gewaltigen Katastrophe endet. Okay, ich melde mich, sobald es was Neues gibt. Puh, das war knapp. Wer war das? Und was hat er hier gesucht? Ein Passagier? Oder ein Besatzungsmitglied? Und von was für einer Katastrophe spricht er? Ich sollte wirklich aufpassen, mit wem ich worüber rede. Wirklich trauen kann ich wohl keinem. Mit Ausnahme des kleinen Oskar vielleicht. Na, da will ich mir auch nicht sicher sein, ob man den Oskar trauen kann. Als zwei Eindringlinge am Bot der Kalypso. Nina entdeckt ihre Vermissterhandtasche. Tatsächlich in der Kabine von Katharina Jordan. Hoffentlich hat die wettete Dame eine sehr gute Ausrede parat. Allerdings ist Nina nicht die einzige Einbrecherin. Ein Unbekannte dringt auf der Suche nach etwas Bestimmten ebenfalls in die Kabine ein. Finden kann es aber nicht. Und das bereitet ihm offensichtlich größte Sorgen. Er erwähnt eine gewaltige Katastrophe. Eine Katastrophe, die auch Nina betreffen könnte. Oh, hier hat er schwarze Schuhe. Seht ihr? Und vorhin hat er weiße Schuhe an. Okay, das sind wir uns am Rande. Wir werden mal die Frau Jordan befragen, warum die Handtasche in ihrer Kabine steht. Das ist äußerst merkwürdig. Ah, hier müssen wir hin. Frau Jordan, ich muss mal ein ernstes Wort mit Ihnen reden. Ich wüsste nicht worüber. Über meine Handtasche, die ich in Ihrer Kabine gefunden habe. Sie, Sie waren in meiner Kabine? Das ist Einbruch. Ich werde Sie ins Gefängnis bringen. Hm, wollen wir wirklich zum Kapitän gehen und die Sache dort klären? Okay, Sie haben recht. Lassen Sie mich die Sache erklären. Ich höre. Gleich. Aber auf den Schreck brauche ich erstmal einen Drink. Sonst kippe ich gleich um. Den können Sie kriegen, aber dann will ich endlich wissen, was hier los ist. Was möchten Sie denn? Ein Gin Tonic? Bloody Mary. Ich trinke nur Bloody Mary. Kein Problem. Kommt sofort. Jetzt holt die auch noch einen Drink. Also, da flippe ich ja aus hier. Naja. Wenn es nicht anders geht. Sehen Sie, wir beide leben immer noch. Machen Sie nur Ihre Witzchen. Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen. Sie werden sehen. Oder war es nicht der Barkeeper? Ich hätte gern eine Bloody Mary. Meinen Sie, Alkohol so früh am Tag wird Sie das Elend dieser Welt vergessen lassen? Hallo? Ich dachte, Sie seien Barkeeper. Ja. Sie können den Cocktail gern haben, aber... Na prima. Dann legen Sie mal los. Einen Moment. Hab's gleich. Vielleicht hätte ich mir ja auch einen bestellen sollen. Nüchtern sind einige Leute an Bord ja kaum zu ertragen. Bitte sehr. Aber denken Sie an meine Worte. Na, wenn es eine Bloody Mary ist? Ja, das werde ich tun, sobald die große Flut über uns hereingebrochen ist und uns allen das Wasser bis zum Hals steht. Vielleicht sollte er sich mal ein bisschen mehr auf seine Drinks konzentrieren. Eine Bloody Mary in so einem Glas? Entweder will er mich ärgern oder er hat keine Ahnung von Cocktails. Ja. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Dann, ab. Jetzt schauen wir uns den Cocktail mal an. Eine Bloody Mary. So, Frau Jordan, hier ist Ihr Cocktail. Danke. So, dann legen Sie mal los. Okay. Was ich Ihnen jetzt erzählen werde, mag sich ein wenig seltsam anhören. Aber ich schwöre, es ist wirklich so gewesen. Fangen Sie doch erst mal an, dann werden wir schon sehen, was halbwegs glaubwürdig ist und was nicht. Gut. Ich kam letzte Nacht an ihrer Kabine vorbei. Die Tür stand ein Spalt offen und ich, ich war einfach neugierig. Ich schaute durch den Spalt und sah einen maskierten Mann, der in ihren Sachen rumwürte. Er muss mich wohl irgendwie bemerkt haben, denn plötzlich drehte er sich blitzschnell um und zog mich in die Kabine. Er presste mich gegen die Wand, seine Hand an meinem Hals. Ich wagte kaum zu atmen. Ich weiß nicht, wie lange ich so stand, aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Vermutlich wusste auch der Maskierte nicht so genau, was er jetzt eigentlich tun sollte. Dann hörte ich leise Schritte auf dem Gang, die sich der Kabine näherten. Ich überlegte noch kurz, ob ich laut um Hilfe schreien sollte, als ich plötzlich eine Pistole vor meinen Augen sah. Der Mann zischte mir zu. Halt's Maul, sonst mach ich dich kalt. Ich war starr vor Angst und selbst als er mich losließ und ihn in die Tür vor den Kopf knallte, hab ich mich nicht getraut, mich zu bewegen. Einen Augenblick später stand der Mann schon wieder hinter mir und zischte mir ins Ohr. Wenn du irgendjemandem erzählst, dass du mich hier gesehen hast, dann bist du tot. Du gehst jetzt zum Schiffsarzt und erzählst ihm, die Frau sei unglücklich gefallen und mit dem Kopf an die Tür geknallt. Und denk daran, was auch immer du tust, ich werde dich genau beobachten. Was? Was hätte ich tun sollen? Geht's Ihnen nicht gut? Sie sind plötzlich so blass? Ich... Keine Ahnung. Wird bestimmt gleich wieder weg sein. Bloody Mary hilft immer. Ja. Schon besser. Als ich... Als ich in meine Kabine zurückkam, stand da plötzlich diese Handtasche. Ich hatte panische Angst, weil mir plötzlich klar wurde, dass der Mann jederzeit in meine Kabine kann. Ich schwöre, ich habe die Handtasche nicht mal angefasst. Jedes Mal, wenn ich... Wenn ich sie angeschaut habe, lief es mir eiskalt den Rücken hinunter. Ich weiß nicht, ich habe schon überzeugendere Geschichten gehört. Andererseits müssen Sie eine ausgezeichnete Schauspielerin sein, falls die Panik in Ihren Augen nicht echt ist. Haben Sie den Mann erkennen können? Ich... Sie sehen aber gar nicht so aus, als würde es Ihnen besser gehen. Soll ich vielleicht den Arzt rufen? Ich... Kriege irgendwie nicht so richtig... Luft. Der Typ jedenfalls. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber... Er... Er ändert mich an. Frau Jordan? Frau Jordan, alles in Ordnung? Ach du Scheiße. Sollte, ich muss doch gleich konzentrieren. Naja, bei der... Sie fing auf einmal ganz schrecklich an zu husten. Das wurde immer schlimmer und irgendwann hat sie kaum noch Luft gekriegt. Der Doc wird das bestimmt wieder hinkriegen. Machen Sie sich keine Sorgen. Tu ich aber. Das hier sollte eine entspannte Schiffsreise werden. Aber davon bin ich ungefähr so weit entfernt wie von Hawaii. Ich sollte mich erstmal für ein Stündchen hinlegen. Meine Kopfschmerzen von diesem Zwischenfall mit der Tür werden wieder stärker. Ich sollte mich auf den Weg ins Restaurant machen. Bin gespannt, was mir der mysteriöse Passagier aus Kabine Nummer 5 über die seltsamen Vorkommnisse auf dem Schiff zu berichten hat. Ja, wir sind auch gespannt. Und eine Bloody Mary ist übrigens ein Teil Tomatensaft und ein Teil Wodka. Und man kann auch noch ein bisschen Worcester Soße oder ein bisschen Pfeffer reintunen. Für den Geschmack. Und vielleicht kein Wunder, dass die Frau Jordan aus den Socken gekippt ist beim Sohnglas. Wir gehen das nächste Mal dann im Restaurant. Und für diese Ablieferung abschiede ich mich. Mach's gut, mach's noch besser. Und bis zum nächsten Mal. Euer Christian.